Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digi's Adventure und den Dinosauriergrabungen. Und im Fossilienstand Fundort Nummer 6. So. Ähm, ich gehe unten lang. Ich glaube, da war ein Foto. So. Gut, dann geht's jetzt da oben weiter. Ja. So. So. So lange hier kein Dinosaurier-Ei kommt oder kein Knochen, da geht das hier. So, dann nehme ich die hier an der Seite mit. Na, ich habe es gerade mal gesagt, so lange da kein Knochen oder der Kanal kommt, ist alles gut. So. Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kik. Bis zur nächsten Folge und Tschüss, sagt der Toto.